Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die dem Ausschussbericht 1266 der Beilagen. Angeschlossene Entschließung betreffend vehementes Eintreten gegen Mini-AKWs und Generation 4 Nukleartechnologien auf EU-Ebene. Wer spricht sich dafür aus, den bitte ich um ein Zeichen. Das ist einstimmig, so angenommen. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Walter Rauch, Kolleginnen und Kollegen, betreffend dringende Notwehrmaßnahmen gegen EU-Atomstromverordnung. Wer ist für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Minderheit abgelehnt. Wir kommen nun zu den verlegten Abstimmungen über die Berichte des Finanzausschusses, die ich über jeden Tagesordnungspunkt getrennt vornehme. Und bevor wir in den Abstimmungsvorgang eintreten, brauche ich nicht fragen, ob wir die Sitzung unterbrechen. Das ist sozusagen immer fix im Kroki, allerdings jetzt nicht erforderlich. Und wir kommen gleich zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 19. Entwurf betreffen ein Bundesgesetz, mit dem das Schwarmfinanzierungsvollzugsgesetz erlassen und das Kapitalmarktgesetz, das Alternativfinanzierungsgesetz, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz und das Konsumentenschutzgesetz geändert werden, samt Titel und Eingang in 1165 der Beilagen. Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Wir kommen zugleich zur dritten Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 20. Entwurf betreffend Fiskalrat und Produktivitätsratsgesetz 2021 samt Titel und Eingang in 1166 der Beilagen. Wer spricht sich dafür aus, den bitte ich um ein zustimmendes Zeichen. Das ist mit Mehrheit angenommen. Wir kommen zugleich zur dritten Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 21. Wir kommen zunächst zur Abstimmung über den Antrag des Finanzausschusses, seinen Bericht 1183 der Beilagen hinsichtlich des Entschließungsantrags 2029 a.e. zur Kenntnis zu nehmen. Wer ist für diese Kenntnisnahme? Das ist mit Mehrheit zur Kenntnis genommen. Weiters gelangen wir zur Abstimmung über die dem Ausschussbericht 1183 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffend Erweiterung der Spendenabsetzbarkeit. Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 22. Antrag des Finanzausschusses, seinen Bericht 1184 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Wer ist für die Kenntnisnahme? Das ist die Mehrheit und damit angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 23. Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz, das Körperschaftsteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz sowie weitere Gesetze geändert werden in 1185 der Beilagen. Hier zu liegen ein Zusatz- bzw. Abänderungsantrag der Abgeordneten Matzenetter, Kolleginnen und Kollegen, ein Zusatz- bzw. Abänderungsantrag der Abgeordneten Fuchs, Kolleginnen und Kollegen, sowie ein Verlangen auf getrennte Abstimmung der Abgeordneten Doppelbauer und ein Verlangen auf getrennte Abstimmung des Abgeordneten Kreiner vor. Ich werde daher zunächst über die von den erwähnten Zusatz- bzw. Abänderungsanträgen sowie von den Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffene Teile der Systematik des Gesetzentwurfs folgen und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs abstimmen lassen. Wir kommen zur getrennten Abstimmung über Artikel 1, Ziffer 1 in der Fassung des Ausschussberichts. Wer sich hierfür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Wir kommen zur getrennten Abstimmung über Artikel 1, Ziffer 2 in der Fassung des Ausschussberichts. Wer spricht sich dafür aus, den bitte ich um ein Zeichen. Das ist einstimmig so angenommen. Die Abgeordneten Kopf, Jakob Schwarz, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Zusatzantrag betreffend Einfügung einer Ziffer 2a in Artikel 1 eingebracht. Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen. Das ist einstimmig so angenommen. Wir gelangen zur getrennten Abstimmung über Artikel 1, Ziffer 4, Litera A in der Fassung des Ausschussberichts. Wer spricht sich dafür aus? Das ist auch einstimmig so angenommen. Die Abgeordneten Fuchs, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Zusatz- bzw. Abänderungsantrag betreffend Einfügung einer neuen Literer B in Ziffer 4 des Artikels 1 sowie der daraus resultierenden Änderung der Buchstabenbezeichnung eingebracht. Wer spricht sich dafür aus, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit abgelehnt. Die Abgeordneten Kopf, Jakob Schwarz, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Zusatz- bzw. Abänderungsantrag betreffend Einfügung einer neuen Literer B in Ziffer 4 des Artikels 1 sowie der daraus resultierenden Änderung der Buchstabenbezeichnung eingebracht. Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig so angenommen. Die Abgeordneten Kopf, Jakob Schwarz, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Abänderungsantrag betreffend Änderung der Novellierungsanordnung der Ziffer 4, Litera C, in Artikel 1 eingebracht. Wer dem seine Zustimmung gibt, den ersuche ich um ein Zeichen. Das ist einstimmig angenommen. Wir gelangen zur getrennten Abstimmung über Artikel 1, Ziffer 4, Litera C, Ziffer 377 in der Fassung des Ausschussberichts. Wer spricht sich dafür aus, den bitte ich um ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Die Abgeordneten Kopf, Jakob Schwarz, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Abänderungsantrag betreffend Änderung der Ziffer 378 in Ziffer 4, Litera C, Artikel 1 eingebracht. Wer dem die Zustimmung gibt, den bitte ich um ein Zeichen. Das ist einstimmig so angenommen. Wir kommen zur getrennten Abstimmung über Artikel 1, Ziffer 4, Litera C, Ziffer 380 und 381 in der Fassung des Ausschussberichtes. Wer ist dafür? Das ist mit Mehrheit so angenommen. Wir gelangen zur getrennten Abstimmung über Artikel 1, Ziffer 4, Litera C, Ziffer 382 in der Fassung des Ausschussberichtes. Bitte um Zustimmung. Und das ist auch einstimmig so angenommen. Die Abgeordneten Matzenetter, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Zusatz- bzw. Abänderungsantrag betreffend Artikel 3 eingebracht. Wer sich hierfür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit abgelehnt. Wir kommen zugleich zur Abstimmung über diesen Teil des Gesetzentwurfs in der Fassung des Ausschussberichts. Und wir suchen jene Damen und Herren, die dem die Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Jetzt kommen wir zur getrennten Abstimmung über die Artikel 14 und 15 in der Fassung des Ausschussberichtes. Wer dem seine Zustimmung gibt, den ersuche ich um ein entsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig so angenommen. Schließlich komme ich zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes. Wer dem die Zustimmung gibt, den bitte ich um ein entsprechendes Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Wir kommen zugleich zur dritten Lesung. Zustimmung in dritter Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 24. Entwurf betreffen ein Bundesgesetz, mit dem das KMU-Förderungsgesetz, das Garantiegesetz, das ABAC-Gesetz und die Bundesabgabenordnung geändert werden. In 1186 der Beilagen. Hierzu haben die Abgeordneten Kopf, Jakob Schwarz, Kolleginnen und Kollegen einen Zusatz- bzw. Abänderungsantrag eingebracht. Weiters liegt ein Verlangen auf getrennte Abstimmung des Abgeordneten Fuchs vor. Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Zusatz- bzw. Abänderungsantrag sowie vom Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffenen Teile der Systematik des Gesetzentwurfs folgen und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs abgeben. Nach den diversen Abstimmungen kommen wir dann zu Themen aus dem Justizausschuss. Da geht es unter anderem um die Sterbehilfe, um die Verlängerung der Grundzeugenregelung, um eine Urheberrechtsnovelle für digitales Umfeld. Weiters geht es auch um die Valorisierung von Mindestversicherungssummen in Haftpflichtgesetzen. Auch das Thema Corona beschäftigt uns dann, nämlich die Verlängerung von Corona-Regelungen. Das Suchtmittelgesetz steht auch am Programm und auch die Absicherung, die finanzielle Absicherung von Bundesmuseen und Bundestheater. Und zuletzt beschäftigen wir uns auch noch mit dem Thema Petitionen und Bürgerinitiativen. ... und der daraus resultierenden Unnummerierung eingebracht. Wer spricht sich dafür aus? Ich bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Wir gelangen zur getrennten Abstimmung über die ursprüngliche Ziffer 3 in Artikel 3 in der Fassung des Ausschussberichts unter Berücksichtigung der soeben beschlossenen Unnummerierung. Wer spricht sich dafür aus? Ich bitte um ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Schließlich komme ich zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichts. Wer stimmt dem zu? Das ist mit Mehrheit so angenommen. Wir kommen zugleich zur dritten Lesung des Gesetzentwurfs. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit auch angenommen.